Ja, jetzt ließ man was immer mal richtig. Okay, willkommen zurück zu Lost Battle 2. Das ist unser vierter Anlauf. Ja, vierter Anlauf insgesamt halt. Nein, das ist unser fünfter Anlauf, weil wir haben vier Fails und das ist jetzt der fünfte. Also falls jetzt noch ein Fail passiert, was ich sehr hoffe, was weiß ich da, was ich sehr erwarte. Alter, mal kropf ich so groß wie der Raum, ey. Fettkopf. Meine Stacheln durchstechen diese Menschen. Ah ja, nochmal kurz, kurze Randinformation. It's 5 o'clock in the morning. Ja, es ist gerade knapp 6 Uhr in der Früh. Es ist heute Silvester, aber nochmals Happy New Year. Wuhuuu, yeah. Magi, ey, über die Kontrollen ist ausgegangen. Fängt mit mir und fühlt geiler. Ja, Hauptsache, deine Programme sind nicht abgestürzt, ey. Ja, das ist vielleicht so. Ja, heute. Ich nehme mir heute Stimme mit einem Programm und Gameshow mit nochmal. Ja. Ja. Egal, das muss jetzt einfach. Wenn ihr das noch verstehen wollt, dann schaltet, dann macht einfach den ganzen Sound weg. Dann, äh, legt einfach die Untertitel durch. Deshalb haben wir die auch eingemocht. 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 Ja, wie soll? Ach ja, wie soll. Wie soll. Ah ja, wie soll. Wie soll. Wie alt bin ich? die 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 jetzt bin ich mit 2 Sekunden nicht mehr also ich bin voll ich bin richtig stolz auf meinen Ausbilder 2 Hintergrund den ich aufgemacht habe ja Schleichwerbung den Lenk du ich dann runter wenn du willst Schleichwerbung so ja nochmal kurz nochmal eine andere Notiz wir sind beide vollgekippt mit Sekt und nein gut nicht vollgekippt ich hab äh ich hab gerade verstanden vollgekippt vollgekippt mit Sekt noch was Neues ja auf jeden Fall sind wir jetzt auch nicht gerade die liebsten ja was macht der mit der Kapuze unter Wasser was macht der mit Hörnern unter Wasser der Jäger spielt was macht der mit so langen Fertigschwanz so denn die Idee dieser diese Ärmel erinnern mich irgendwie in so ein äh an diese Handschuhe die man anziehen muss wenn man in den Ofen wenn man aus dem Ofen etwas raustreuen muss das ist Pasmagranate das ist doch genauso aus das ist doch eine Pasmagranate ich meine das mit den Handschuhen ey Moment so schöne Farben wenn die wer ist die 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 um dann gibt es noch so was anderes das heißt Big Figures on Crack das ist auch ganz coole Sendung, oder halt nicht Sendung, sondern eher so halt das gleich wie ASDF Movie Blues und ohne diese ganzen Smiley Gesichter und so weiter also ich finde das auch ganz cool es gibt auch Teil davon Widerschleichwerbung, aber das muss man ja also unser Spaceball gepackt mit Schleichwerbung Emotions war es jetzt mit Sparwitze oder mit Schleichwerbungen? Sparwitze, Schleichwerbungen, Emotionsausbrüchen äh hey komm hey for flamme herfoh Respekt yo haa ich bin, oh mein, nirg schon fängt geil an, fängt geil an ich bin stolz auf dich wie geil wäre wenn wir dann erstmal mit diesem Drachen da drauf sein so ich jetzt weiß was aber jetzt weiß worum nur mit drachen muss was er muss irgendwie beseitigt werden das war ein kopfschuss ist das war von der dritten ja dann ist hier die wirbelsäule und die wirbelsäule ist ja mit dem kopf verbunden du bist immer unser oberfrau der maß der geste hey kaum noch niemand Sieger! Das geht schnell! Ja, das, äh, wie ich weiß... Nein, ich meinst ja, das ist ein Headshot, die hätten noch... Wir üben drei, äh, Headshot 3 in Folge auf einmal, äh, ich seh so ein paar Wachen, der Headshot 7 in Folge. Ach ja, das mit dem Einspritzgewehr haben wir rausgekommen. Ja, also, wir haben dann so... Also, wir haben da so ein Online-Match gespielt, und da haben wir so einen Typen gesehen mit einem Einspritzgewehr, und, ja, äh, der, da hat Rapier das aufgehoben, und durch irgendein Versehen hat er sein Leben regenerieren können. Das wollten wir dann herausfinden, und dann hat Rapier darüber recherchiert, und dann hat er einen, äh, YouTube oder so gefunden. Und dann recherchiert. Das ist letzteres recherchiert, ich hab irgendwas gedrückt, einfach wo ein Schuss nimmt. Ja, das ist dann eine sehr allgemeine Recherche. Das war so zuvoll. Oder eine sehr primitive. Auf jeden Fall hat er dann das herausgefunden, wie das geht, da muss man nur einfach halt be-drücken. Ja, das ist ja fast das gleiche wie, äh, also wie bei Standardabschluss, das, äh, ein Schussgewehr ist, also, das regeneriert wird das Leben. Ja, das ist eigentlich immer schlecht eigentlich, das, so ein Multiplass, das ist gut. Ja. Ja, da merkt man ja die ganze Zeit. Ja, da kann man sich ja wenigstens, äh, die HD-Serie, äh, verringern. Also, um. Ja, da kann man nur schaffen, Leute, da kann man doch das Ding vermeiden. Welche Dinger? So, ah, ich brenne! Schwitzkopf. Schwitzkopf. Ey, das ist doch ein Hitzkopf. Leigh. Also, wir nehmen, glaub ich, jetzt nur ein Ding auf, bis es hier im Sohn zu machen. Ja, also, mit dem Drafen werden wir eh genug Spaß haben, das wird eh schöne sechs Stunden, sechs Stunden, was heißt das? Äh, eine Stunde weg. Jo, ich kann sowieso 28 Stunden aufnehmen, was ich... Ja, einfach 28 Stunden fahren, das reicht doch. Echt locker. Autsch. Uhhh! Da war ich nicht. Heh. Nee, das ist ja dein an. Du, 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 du ja, ey, äh. keine ahnung was das neue jahre mit sich bringt und das ist so bisher so einst du dich für die zimper wir werden alle sterben aus der ist gestoppt hey da liegt ein spritzgewehr egal das nimmst du dann und dann falls ich mal irgendwie eingespritzt werden okay am besten sprich mich jetzt ein also mit B er erleben ich wollte egal dass ein Teil des Schneider er fleißigt hier ist gerade die Zuschauer wenn ich die drücke schaut mal auf diesen Kreis bei den Einspritzgebäden rot ein paar ja das wird rot und dann wird grün sie müssen kurz schau doch da liegt egal was wir machen jetzt damit weiter das wird viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen und diese Zeit brauchen wir klar wir haben es nicht so alt ich habe therapierisch kann ja noch nicht die also mehrere oder folgen die länger sind als 15 minuten hochladen deshalb müssen wir schon ein bisschen spugen ja also wenn es weiter geht mit uns mit unseren der Stray dann könnte es schon dazu kommen dass wir endlich oder eher das ist ja sein Kanal dass er dann längere Videos das ist ja nicht klar ja das Licht ist groß ich verstehe ich nicht wie ich das mein alter Kanal geschafft habe nicht gleich oder durch Popularität ach scheiße ich muss eingestückt werden ach du kacke ach du kacke ach du kacke ich sterbe übelst ich sterbe übelst ich habe keine ich habe feist gegeben ja bleibst du stehen ach egal ich habe mich schon aufgeladen mir ist! DABAOK! BMI! beatles! BMI! 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 DAMIT! Scheiße DAMIT! DAMIT! BMI! 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 Ehhh uh ich muss erst einmal durchgehen Ah ja, das geht ja nicht. B-Rang. Da geht es? Nein, das geht nicht. Aha! Okay, hab ich doch rausgemacht. Smooth! Bei mir sind es gerade genau 11 Minuten Aufnahme. 11 Minuten? Okay, paar Sekunden. Eine Sekunde mehr. Weißegal. Hey, SS. Geil. Hey, wir werden besser. Was denn? Wir haben ja fast nur Multiplayer immer gespielt. Boah, ich finde immer noch Satt vom Silvester Essen, ey. Ernsthaft, Mann, wir haben da so einen dick gedeckten Tisch, ey. Alter. Wortwörtlich. Ich hab heute nur 40 gedeckten Tisch, ey. Wir haben einen richtig dick gedeckten Tisch. Mit Wodka, oder? Ey, wir kommen schon. Ich finde es voll lustig, wie er die russische Nation immer so assoziiert. War das schon fast? Was? Spieltippel? Eher. Oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, scheiße. Was hat das jetzt rechts drauf? Ich werde frei. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich hab' den Lüfen. Oh, oh, oh. Ich will mich essen. Ich will mich essen. Ich schmeck' nicht gut. Nein, man hat Piersch, kann man nicht essen. Ah fuck, ich hätte den VOS gar nicht mehr gesehen. Der wäre schon tot. Ey, ich bin grad nicht drauf. Was läuft denn jetzt so oft? Ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht. Ach du Scheiße, ach du, nein! Och man, ich hätte so viel dabei, die bitte, bitte lass die mir übrig. Ich muss schnell spawnen. Ehrlich, ehrlich? Mann! Mann! Ey, durch Chiri-Camp sterben die jetzt irgendwo aufnimmt. Was ist? Durch Chiri-Camp sterben die irgendwie nicht mehr. Die müssen jetzt mal durch zwei Treffer sterben. Pass, aua! Das ist gleich schon. Naja, eigentlich läuft das so gut. Naja. Könnte besser laufen, indem ich nicht so oft sterbe. Boah, das leckt das. Da war es für mich gelackt. Lack war nichts. Übrigens, gelackt hat's nur bei mir noch niemals. Also im Lost Battle 2. Das haben wir noch niemals gelackt. Egal, wie ich gespielt hab. Jetzt hat er gelackt. Bei mir hört sich das ganz anders an, als ob er irgendwie unter Wasser wäre. Das ist irgendwie komisch. Au! Ich werde hier regelrecht durchgefackelt, ey. Flambiert. Flambierter Bifi. Ich hab grad was ganz anders verstanden ist. Durchgefackelt. Wie. Yo! Ach du Kacke! Ey, mach dem Kacke! Ach du... Whoa, na komm. Haha. Ey, what the fuck! Der VHS ist der BORN Du hast da nicht geglitschen, oder? Yo! Wupf! Ach du Scheiß, wie der angerollt kam, ey! Ja, wie, äh, hast du grad geflossen oder was war das? Ja, wie geflossen! Ja, das ist ein doof Ding aus der Schuhe, wo der kommt, ey. Ja, das ist ein doof Ding aus dem Weg. Hallo! Ja? Oh, ich bin der Schuhe.